Er spricht hier von den Ghazawad des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Wenn ihr in den Büchern der Sira lest, werdet ihr sehen, dass die Gelehrten in der Sira, also in der Biografie des Propheten oder in der Historik, zwei Begriffe für die Feldzüge benutzen, die der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, geführt hat. Sie benutzen einmal das Wort Ghazwa und einmal das Wort Sariya. Was ist der Unterschied zwischen dem Begriff Ghazwa und Sariya? Bei den Ghazawad, eine Ghazwa ist ein Feldzug, in dem der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, mit dabei war. Unabhängig davon, ob er aktiv am Kampf beteiligt war oder nicht. Eine Sariya, das sind sozusagen jene Feldzüge, die der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, oder jene Heere, die er ausgeschickt hat, oder Truppen, wobei er aber selbst nicht dabei war. Er war gar nicht präsent. Das sind die Ghazawad und die Saraya, Einzahl Ghazwa und Sariya. Die historiker, die muslimischen Historiker, erwähnen, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, 27 Ghazawad hatte, also an 27 Ghazawad hat er teilgenommen. Aktiv teilgenommen hat er davon in sechs. Und er hatte mehrere Saraya, 47 Saraya. Also 47 Heere hat er losgesandt und an 27 hat er teilgenommen.